Nachdem Carina erst bei McDonalds, dann bei der Tankstelle, dann im Dönerladen, dann im Taxiunternehmen, dann bei Edeka, dann im Weihnachtsladen, dann als Ärztin, dann im Restaurant, dann als Kinokartenverkäuferin, dann als Flughafenmitarbeiterin, dann im Schönheitssalon rausgeschmissen wurde, hat sie nun einen neuen Job. Carina arbeitet am Informationsschalter der Deutschen Bahn. Viel Spaß bei Carina bei der Arbeit. Herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn. Was kann ich für Sie tun? Ja, schönen guten Tag. Ich habe meinen Zug verpasst. Ich bräuchte jetzt eine alternative Route. Aber sehr gerne. Wo wollen Sie denn hinreisen? Nach München. Äh, freiwillig? München ist meine Heimatstadt. Sie armer Mann. Welch harter Schicksalsschlag. Also, gibt es eine alternative Route? Es gibt leider keine direkte Route. Sie müssten umsteigen. Okay, das ist gar kein Problem. Gut. Sie wissen, wo Sie hier gerade sind? Äh, ja, weiß ich. Gut. Ich frage nur, weil die aus München nicht immer ganz geistig auf der Höhe sind. Also, Sie fahren hier von Hamburg-Gleis 2 mit dem ECE 78 bis nach Bremen. Dort kommen Sie um 13.30 Uhr an und steigen dort in den ECE 104. Wann startet der? Äh, genau... Jetzt. Dann schaffe ich den ja wohl nicht mehr. Stimmt. Schade. Gibt es eine weitere Alternative? Hm. Ja! Ah! Nein, falsches Datum. Aber von Hamburg nach München müssten doch mehrere Züge fahren. Ja, eigentliche. Ah, da ist doch eine Verbindung. Leider wieder keine direkte Verbindung. Sie müssten wieder umsteigen. Alles gut. Erzählen Sie bitte. Also, Sie fahren von hier, Hamburg. Sie sind in Hamburg. Wissen Sie, welcher Tag heute ist? Ich weiß. Ich bin nicht. Nun sagen Sie doch bitte die Verbindung. Natürlich. Also, Sie fahren von hier, Hamburg, nach Hannover und steigen dort in den ECE 55. Alles klar. Wo fährt der hin? Hamburg? Wollen Sie mich verarschen? Das steht hier. Kann ich auch nichts für. Ich drehe noch durch mit Ihnen. Die reparieren gerade das Internet. Vielleicht ist da was kaputt gegangen. Falsches Kabel angeschlossen oder so. Keine Ahnung. Gibt es irgendeine Möglichkeit, heute noch nach München zu kommen? Hm. Schauen Sie mal nach links. Ja. Was ist da? Der Laden neben Burger King. Äh, ich sehe... Ähm... Direkt neben Burger King! Da ist nur ein Fahrradladen. Wenn Sie schnell treten, sind Sie morgen früh da. Carina bei der Arbeit. Herzlich willkommen bei der Deutschen Bar. Was kann ich für Sie tun? Ja, schönen guten Tag. Ich habe folgende Frage. Ich muss bis morgen früh 55 Millionen Ostereier ausliefern. Sehen Sie da eine Möglichkeit, zusammen mit der Bahn eine Kooperation anzuschieben, dass Sie mir da ein bisschen unterstützen können? Hm. Ich glaube, das sieht schlecht aus. Wir haben seit einem Jahr einen exklusiven Vertrag mit dem Weihnachtsmann. Der dumme Wichser. Habe ich mir fast gedacht. Da sind mir leider die Hände gebunden. Aber gilt der Vertrag denn über das ganze Jahr oder nur über den aktiven Arbeitszeitraum im Winter vom Weihnachtsmann. Geht fürs ganze Jahr. Hat er mit Aussicht gemacht. Der will mir richtig schön eins reinwürgen. Tut mir leid. Würden Sie bitte weiter hoppen? Ich kann Ihnen da wirklich nicht weiterhelfen. Nur weil ich damals was mit seiner Alten hatte. Jetzt wird es doch noch interessant. Erzählen Sie mal. Ach, das ist schon ewig her auf einer Betriebsfeier. Ist eigentlich auch schon lange aus der Welt. Aber der Penner scheint wohl nicht drüber hinwegzukommen. Frau Weihnachtsmann scheint Sie sehr zu mögen. Es kann schon sein. Der Weihnachtsmann hat einen dicken Sack. Klar. Aber ich habe die schöneren Eier. Muss man nicht drüber reden. Ist ganz klare Sache. Dann muss Ostern wohl ausfallen dieses Jahr. Nicht wahr? Gott, das könnte tatsächlich sein. Denken Sie doch nur an die Millionen traurigen Kinder. Die weinenden Kinder. Verletzte Eltern. Das ist wirklich furchtbar. Wie schön. Carina bei der Arbeit. Hi, excuse me. Do you speak English? Yes, the Deutsche Bahn speak good English. What can I do for you? I would like to travel to Frankfurt by train. Do you know which train I can take? Can you... Can you a little bit... Not so... Langsamer. Sorry? A little... Puh, wie scheiße. Langsamer. Um, okay. I would like to travel to Frankfurt. A train. Yes. I... Frankfurt. Ah, hello Frankfurt. Nice to meet you. No, 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 I mean... We have a city here in Germany, die heißt auch Frankfurt. Krasser Zufall, oder? I want to travel to Frankfurt. Travel. Travel? Travel. Travel. Travel by railway. Um, okay. Do you have a pen? Nein, ich habe keinen Sohn namens Ben. Um, okay. Nein. Have we... All geklärt soweit? I'm sorry, I want to travel to Frankfurt. How can I get to fucking Frankfurt? I want to travel to Frankfurt. today. Take care and goodbye. Karina bei der Arbeit. Entschuldigen Sie, ich habe eine kurze Frage und zwar... Einen kleinen Moment mal, bitte ganz, ganz kurz. So, jetzt geht's. Der setzt mir schon den ganzen Tag schwer. Bitte, was kann ich für Sie tun? Ich habe eine Frage. Ich habe ein Zugticket. Der Zug, der dafür mit der Verbindung war, der ist leider ausgefallen. Darf ich jetzt mit dem Ticket irgendeinen anderen Zug benutzen? Oh, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ja? Ja, das ist schon fachwissend. Aber das ist doch eine ganz normale Frage, finde ich. Nein, eine normale Frage wäre so was wie, Hallo, ich würde gerne mit dem Zug fahren. Bin ich hier richtig? Das ist doch eine ganz einfache Frage. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe eine Kollegin hinten sitzen, die hat eine Zusatzausbildung gemacht im Bereich Zugausfallticket mit anderen zu benutzen. Ja? Ich frage Sie mal eben. Das wäre wirklich sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Kein Problem. Ich helfe doch sehr gerne. Ähm. Ach, jetzt soll ich fragen? Ja, bitte. Aber ich weiß doch gar nicht, ob meine Kollegin jetzt da ist. Dann rufen Sie sie doch bitte an. Muss ich nicht, weil wenn sie da ist, ist sie hinten im Lager. Dann gehen Sie bitte zu ihr und fragen Sie sie, meine Güte. Ich könnte Sie einfach rufen, ich habe eine sehr laute Stimme. Dann machen Sie das bitte. Okay, okay, beruhigen Sie sich doch. Gabi! Hier ist eine Kundin, deren Zug ist ausgefallen. Die will ihr Ticket jetzt mit einem anderen Zug nutzen. Darf sie das? Das kommt drauf an. Haben Sie in dem Zug einen Sitzplatz reserviert? Ja. Ja. Gabi sagt, er ist dann aber leider nicht mehr für den neuen Zug gültig. Das macht gar nichts. Hauptsache, ich komme hier weg. Wollen Sie für den neuen Zug einen Sitzplatz reservieren? Äh. Was würde das denn kosten? Gabi! Was würde das kosten, wenn die Frau sich im neuen Zug einen Sitzplatz reservieren lässt? Wie lange dauert das denn noch? Gabi zählt in 10 Cent Schritten, ja? Jetzt bin ich raus. Gabi! Kannst du doch mal von vorne anfangen? Alles, alles gut. Danke schön. Gabi, danke. Vielen Dank. Es reicht. Ich finde schon einen Sitzplatz. Ja, bitte. Danke schön. Ich werde dann, ich finde, kriege ich das schon selber hin. Ja? Auf Wiedersehen. Danke. Sagen wir doch lieber Tschüss. Wieso? Na ja, auf Wiedersehen bedeutet ja, dass man sich wünscht, sich mal wiederzusehen. Und das wünsche ich mir nun wirklich gar nicht. Unglaublich. Unglaublich. Ich weiß, Gabi. Ich habe es auch gerochen. Carina bei der Arbeit. Nach Frankfurt. So. Sind Sie unter 5? Ähm, wie meinen Sie das? Na, sind Sie unter 5? Unter... Sind Sie unter 5 Jahre alt? Ähm, nein. Wie ärgerlich. Wenn Sie unter 5 gewesen wären, hätte ich Ihnen 50% Rabatt geben können auf Ihr Ticket. Gute Frau, ich bin 37. Also, nicht unter 5 richtig? Nein. Wie gesagt, dann hätte ich Ihnen 50% Rabatt geben können auf Ihr Ticket. Nein, ich bin leider nicht mehr unter 5. Ich frage Sie einfach nochmal, ja? Und wir tun so, als hätten wir vorher überhaupt nicht geredet. Also, sind Sie unter 5? Nein. Also, weil wenn Sie unter 5 gewesen wären, dann... Ich weiß, dann hätte ich 50% Rabatt bekommen. Da kennt sich aber jemand aus. Ja. Also, ich habe heute meinen guten Tag und frage Sie nochmal, ja? Zwinker, Zwinker. Sie wollen also nach Frankfurt, ja? Sind Sie unter 5? Weil, wenn Sie sind, bekommen Sie 50% Rabatt auf Ihr Ticket. Okay. Ja. Äh, ich bin unter 5. Wen wollen Sie verarschen, als ob Sie unter 5 sind? Ich rufe die Polizei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier findet ihr den zweiten Teil von Carina war der Deutschen Bahn. Unbedingt draufklicken. Ganz, ganz liebe Grüße auch auf diesem Weg an die Deutsche Bahn. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel und könnt da auch ein bisschen drüber lachen. Ganz, ganz liebe Grüße. Passt aber euch auf. Und einen schönen Tag euch. Tschüss.